So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge. Seid bei der Party zum 8. Jubiläum von Pokémon GO dabei. Das muss doch was richtig Fettes sein, oder? Wie RamsesderDicke. Jetzt ist aber das Problem, heute ist Mittwoch. Normalerweise wäre heute Raider Mittwoch gekommen. Aber ich kann das jetzt heute gerade gar nicht aufnehmen, weil Jonas ist schon wieder krank. Ich musste zum Arzt alles. Ich wollte eigentlich heute den Community-Raid machen und Raider Mittwoch am Donnerstag machen. Das heißt, ich werde das heute irgendwann nachmittags mal aufnehmen, wenn dann das besser passt. Dann seht ihr Raider Mittwoch am Donnerstag und den Community-Raid, weiß ich gar nicht, wann ich dazu komme, habe ja auch kein Auto momentan, weil das immer noch in der Werkstatt ist. Seht ihr das vielleicht am Freitag, aber vielleicht gefilmt am Mittwoch und dann passt es ja perfekt, dass gestern Abend noch schnell diese Info rauskam. Dann haust du das jetzt Mittwochs-Video schnell rein. Und bis das Event ist, hat jeder wieder alles vergessen, um was es in dem Event geht. Weil das Event ist erst in 100 Jahren und ihr kriegt jetzt schon die Infos. Das ist immer schlau gemacht von der Yentic. Hier sieht man auf jeden Fall einen Meltan. Meltan zu bestimmten Events, kann scheinlich sein, wird also zum 8. Jubiläum sicherlich auch wieder so sein. Dann habt ihr hier Slimer, Slimog mit Partyhut. Das ist ja immer das Gängigste, dass man einfach irgendwelchen Viechern da Hüte aufsetzt und sagt, das war's. Hier sind sogar noch ein paar, weiß ich nicht, Hüte, links und rechts, wo Ballons dran befestigt sind. Für mich sieht das aus, als wäre das ein Waumpel mit einem Partyhut, aber weil das Waumpel ein Wurm ist und so klein ist, ist das unter dem Hut gar nicht zu sehen. Und das trägt die Ballons durch die Gegend. Party zum 8. Jubiläum von Pokémon Go. Freitag, der 28. Juni. Hm, wir fahren ja eigentlich am 24. Juni in den Urlaub bis zum 28. Juni. Jetzt habe ich heute ein Schreiben bekommen, dass ich am 26. Juni zum Jobsender soll. Jetzt habe ich gesagt, ob man das vielleicht um eine Woche verschieben kann. Wir sind da im Urlaub. Heißt nein, sie müssen immer erreichbar sein, jederzeit. Da haben sie Pech. Tschüss, das war's. Wie ich das jetzt wieder mache, weiß ich nicht. Da läuft sowieso gerade alles aus den Fugen und ist ein anderes Thema und muss Pupsi halt alleine in den Urlaub fahren. Fährt Pupsi Montag in den Urlaub mit Jonas und Marie, das passt schon. Ich habe kurz einen Antrag jetzt gestellt auf Ortsabwesenheit und gebetet, darum gebeten, dass ich doch vielleicht diesen einen Urlaub machen darf und dann bin ich auch wieder verfügbar. Da könnte ich mich ja jeden Tag einladen, so wie sie es immer androhen. Dann kann man das machen. So, das ganze Ding findet von 10 Uhr, Freitag 10 Uhr fängt das an, bis Mittwoch 20 Uhr. Das klingt auf jeden Fall aufregend. Mit Slimer und Partyhut. Mit Slimog und Partyhut. Und dann können die auch noch shiny sein. Das ist ja das Beste an der ganzen Sache. Meltan kann während des Events öfter aus der Wunderbox schlüpfen. Also man kann die Box, die Wunderbox, wenn ihr die habt, kann man öfters öffnen. Mit etwas Glück auch wieder schillernden Meltan begegnen. Dann habt ihr generell Eventboni. Eine erhöhte Chance auf Glücksfreunde. Eine erhöhte Chance auf Glücks-Pokémon. Beim Tauschen. Der Freundschaftslevel steigt schneller, wenn ihr Geschenke öffnet, Pokémon tauscht oder Raid-Kämpfe, Arena-Kämpfe, Trainer-Kämpfe bestreitet. Das ist das, was vielen immer das Genick bricht, weil die das nicht wissen. Die denken, oh, noch zwei Tage, ich mach schon mal auf. Da kann der ja morgen zum CD öffnen. Oh, sind schon befreundet. Also ist schon gestiegen. Der nächste kommt dann, du dumme Sau. So machst du denn, da war doch, wir haben doch noch. Und dann, ja, wegen Event. Und dann geht das immer so. Es besteht die Chance auf 8,88. Oder vielleicht mehr Gierspenst-Münzen beim Drehen eines Pokestops mit einem Gold-Lock-Modul. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Gold-Lock-Module gesehen habe. Die sind auch selten, weil irgendwie keiner mehr auf Gierspenst geht. Neben den Boni gibt es dann auch in bestimmten Zeiträumen nochmal Zusatz-Boni. Und zwar immer vom 28. bis zum 29. Also ab 10 Uhr bis Folgetag 0 Uhr. Halbierte Schlüpft-Distanz. Dann vom 30. bis 1. Juli. Doppelte Fang-EP. Und vom 2. Juli bis zum 3. Juli. 20 Uhr. Doppelter Fang-Staub. Das kombiniert sich nochmal zu den restlichen Sachen. Obwohl das eigentlich nur richtige Boni sind. Das andere fliegt ja bei euch dann im Beutel rum. Wilde Pokémon. Haben wir jetzt hier irgendwas Cooles dabei? Wir haben wieder mal die Starter. Bisa, Sam, Glumanda, Shiggy, Pikachu. Aber mit Kuchenhut. Während die Starter mit Partyhut auftreten, gibt es also Pikachu mit Kuchenhut. Slimer, Eboli auch mit Partyhut. Dann habt ihr Felori, Krogl und Quax noch als Pokémon, die auftreten. Die können aber nicht shiny sein. Mit etwas Glück bekommt ihr auch Alola, Slimer. Aber wohl nicht mit Partyhut. Trotzdem aber shiny möglich. Dann, während die sowieso immer erscheinen, erscheinen noch vom 28. bis 29. Endibir, Feurige, Kanimani, Gekabor, Flemli, Hydropi. Also zweimal Starter durchweg gehen. Vom 30. bis 1. Juli. Shellast, Panflam, Plinfa, Serpifoi, Floing, Otaro. Und dann vom 2. bis 3. Juli abends, Igamaro, Fynx, Froxy, Bauts, Flamjau, Robbal. Das ist natürlich doof, weil... Ja, Robbal... Ja... Robbal ist noch nicht shiny. Bauts, Flamjau sind schon shiny. Also irgendwie... Das ist ein bisschen doof. Wenn der auch wäre, dann wäre das richtig cool. Da könnt ihr also, wenn ihr noch ein paar Bonbons für ein paar Starter-Pokémon sammeln wollt, hier ordentlich zuschlagen. Könnt ihr mitmachen. Ansonsten holt euch die ganzen kostümierten Pokémon. Holt euch die Partyhüte. Gönnt euch wieder Pikachus für eure Sammlung. Gönnt euch Pikachus für eure Medaille. Entwickelt noch ein paar Ebulis. Raid-Kämpfe. Da ist auch wieder was geboten. In Raids der Stufe 1 habt ihr zum Beispiel... Äh... Pisa-Zah mit Partyhut. Glumanda mit Partyhut. Shiggy mit Partyhut. Pikachu mit Kuchenhut. Und Slimer mit Partyhut. Hier steht auch, die Raid-Pokémon haben eine höhere... Chance, schillern zu sein, als die wilden Pokémon. So, irgendwie steht aber sonst nichts weiter da. Das heißt, es gibt keine besonderen Dreier-Raids. Nur Einer-Raids. Okay. Vielleicht ist das dann auch übersichtlicher, wenn der Rest komplett wegfällt. Belohnungen für Feldforschung haben wir hier. Schließt sie ab, um verschiedenen ersten Partner-Pokémon wie Bisa-Samen-Feurigel-Hydrobi zu begegnen. Für manche Aufgaben winkt auch Mega-Energie für folgende Pokémon. Bisa-Flor, Glurak-Turdok, Gewaldro-Logok-Sumpex. Also auch Starter dabei. Das ist gut. Mega-Energie brauche ich auf jeden Fall noch bei etlichen. Deswegen, befristete Forschung ist auch am Start. Wieder im Heute-Tab auf der linken Seite. Da gibt es am Ende auch wieder EP-Staub-Event-Pokémon wie Radikal mit Partyhut. Also ganz alter. Nidorino mit Partyhut. Wohin genau mit Partyhut? Meltan und mehr. Dann für die Leute, die immer gerne Tickets kaufen. Eine kostenpflichtige, befristete Forschung für 2 US-Dollar. Die finde ich jetzt aber komisch, denn da steht, damit kann man während des Events an einer exklusiven, befristeten Forschung teilnehmen. Schließt Aufgaben wie drehe 8 Poké-Stops oder entwickle 8 Pokémon ab, um folgende Belohnungen einzustreichen. Eine Brutmaschine, eine Superbrutmaschine, ein Premium-Kampfpass, ein Glücksei, ein Rocketradar, ein Sternenstück, ein Rauch, ein Knurs, 88.888 EP, eine Begegnung mit Meltan. Heißt das, du bezahlst 2 US-Dollar, also wahrscheinlich 1,99 Euro oder 2,49 Euro. Und dann hast du im Heute-Tab wieder eine Forschung, wo dort steht, dreh 8 Stops, entwickle 8 Pokémon, verschick 8 Pokémon oder so, alles was mit 8 zu tun hat. Und dann kriegst du als Belohnungen diesen ganzen Bündel, also die Brutmaschine, der Kampfpass, Rocketradar, lohnt sich eigentlich, wenn man einmal alles komplett haben will. Auch eine fette Summe an EP und eine Begegnung mit Meltan, das ist okay. Ich kaufe es mir nicht, wer es mir schenkt, ist okay, aber an sich brauche ich doch den Premium-Kampfpass, ich muss alles mitnehmen. Und dann haben wir noch Waldgeflüster, das ist nochmal brutal. Denn nicht nur ein Ticket, sondern zwei Tickets, Waldgeflüster für 5 US-Dollar, da gehe ich mal von aus, das kostet bei uns wahrscheinlich 6,49 Euro oder so. Hier kriegst du wieder eine Meisterwerkforschung, wo du am Ende einem schillernden Celebi begegnest. Man konnte schon mal schillernden Celebi begegnen in der Meisterwerkforschung. Hier, wer das nicht hatte, eine schillernde Ablenkung verpasst hat, kann jetzt bei Waldgeflüster also nochmal sich ein schillerndes Celebi holen. Also wer Bock hat nochmal auf dem schillernden Celebi, der gönnt sich für 5 US-Dollar, aber ich glaube so richtig macht man damit eigentlich nichts. Pokémon Go Web Store, Jubiläumsbox, lass mal weg. Neue Avatar-Artikel, ihr habt hier weite Noctu-Jacke, weite Mankey-Jacke. Also rechts ist Noctu, links ist Mankey. Irgendwie sieht das grün chilliger aus. Weite Hose, dunkelgrau. So habe ich heute erst jemand in der Stadt gesehen. Choreoge-Kappe im Cheerleading-Stil, Hula-Stil, Flamengo-Stil, Bujo-Stil, brauche ich alles nicht. Stigger sind auch wieder am Start. Pokestop-Showcases, natürlich verschiedene Pokestop-Showcases mit den Event-Pokémon, aber wahrscheinlich wieder Samstag auf Sonntag und dann Montag auf Dienstag. So, was freue ich mich? Ich freue mich eigentlich noch auf ein bisschen Mega-Energie von bestimmten Startern. Generell, Starter, Bonbons, machen, hin und her, alles was da 100% dann mal irgendwie erlösen kann vielleicht und dann Mega-Entwickeln ist ja auch ein kleines Ziel, was ich habe. Wie findet ihr das Event? Habt ihr Bock? Sagt ihr, wow, krass cool? Oder sagt ihr, naja, eigentlich ist es nix. Immer der gleiche Mist, ne? Wo sind überhaupt Pikachus mit Ballons, wo eine Acht obendrauf ist? Wenn wir das beim fünften Jubiläum gemacht haben, dass der Ballon eine Form von einer Fünf hatte, oder wieso machen wir das beim achten Jubiläum nicht auch so, dass der Ballon eine Acht ist? Machen wir nicht, das gibt es erst wieder bei der Zehn, wahrscheinlich. Das war es jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses, mal gucken, wie lange es noch dauert, bis ich durchdrehe. Ciao. Wo ist es jetzt hier aus? Wo geht es aus? Aus. 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 Azure.